Atemlos. Schön, dass ihr hier seid. Atemlos. So froh, dass du hier bist. So gut einfach, dich zu sehen. Es ist so ein Wunder, dass wir uns für die Wahrheit entscheiden. Und uns aus den tiefsten Sümpfen unseres Geistes von Jesus von Nazareth ziehen lassen. Das Thema, in dem wir jetzt im Textbuch sind, ist ja der vernünftige Lehrplan. Schau mal, was die Liebe aus uns gemacht hat. Ist das nicht ein Wunder? Schau dich einmal an, wie du vor zehn Jahren warst. Vielleicht vor fünf Jahren, noch vor zwei Wochen. Was jetzt durch die Liebe passiert, in dem Augenblick. Ich hätte mir das nie vorstellen können, nicht in meinen künsten Träumen. Dass jemand mit einem steifen Herz, so wie ich, mit einem steinernen Herz, durch die Gnade Gottes, durch deine Liebe und dein Dasein ganz weich werde. Ich bin so lange in meinem Leben mit einem steinernen Herz herumgelaufen. Das Einzige, was ich im Kopf gehabt habe, war Zahlen, Erfolg, Prestige. Ich hoffe, ihr könnt, ihr könnt mich gut hören. Alles wurde in einem Moment anders. Ich habe zum ersten Mal den Kurs aufgemacht, habe ich zum ersten Mal nur die Einleitung gelesen, aber ich wusste, Jesus ist wieder zurück in meinen Herzen. Es wird jetzt leichter. Es wird wirklich leichter, das kann ich dir versprechen. Es wird wirklich leichter. Ich weiß, dass wir in unseren Erwachen manchmal durch Situationen durchgehen, die scheinen nicht leicht zu sein. Ich bin ganz mit dir, ich verstehe dich total in dir. Weil ich bin so tief im Sumpf gesteckt, meines eigenen Geistes, meiner eigenen Gedanken, meiner eigenen Wertlosigkeit, könnte man sagen. Dass es genug Tage gegeben hat, wo ich nicht aufstehen wollte, mir in der Früh. Weil es überhaupt keinen Sinn mehr für mich alles gemacht hat. Ich war nur immer zu feige, mich selber umzubringen. Und in diesen Momenten, der totalen Dunkelheit, der Peter Niedermeyer, der sitzt halt im Dunkeln. Da war ein Sturben da in der Nähe von München, da war ein Sturben bei Rosenheim. Und da ist das Licht ausgegangen. Die Elektrizität weg, deshalb sitzt er da im Dunkeln. Der Computer läuft noch, solange die Batterie läuft. Und so war ich im Dunkeln, für so viele Jahre, einem völlig verrückten Lehrplan gefolgt. Kannst du dir das vorstellen? Verstehst du, von was ich spreche? Und hier und da gibt es immer wieder diese Tage, wo Verzweiflung in uns ist. Es ist totale Verzweiflung in uns. Wir fühlen uns schlecht. Wir wissen nicht, wo es vielleicht herkommt. Aber es scheint alles keinen Sinn zu machen. Und doch ist irgendwo die Gewissheit in uns, dass Jesus mit uns ist. Danke, Marion, dass du da bist. Ich möchte jetzt nicht einen jemanden herausfinden, es sind mehrere Mariens da, wie ich gerade sehe. Aber wir kennen das alle. Wir fühlen uns schlecht. Wir haben keine Energie. Wir fragen uns, was passiert im Leben. Es macht doch alles keinen Sinn. Ich kriege keine Hilfe. Oder die Hilfe, die ich gerade brauche, glaube ich, kriege ich gerade nicht. Und doch wissen wir irgendwo in unserem Geist, dass Jesus mit uns ist. Doch wissen wir irgendwo im Geist, dass wir nicht alleine mehr sind. Und deshalb hat mir vielleicht das Wichtigste, was mir der Kurs gelehrt hat. Oder die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich nicht mehr alleine bin. In keiner Situation bin ich mehr alleine. In keiner Situation. Ich kann mich für einen Moment alleine fühlen. Und das ist auch okay. Und da muss ich nicht dagegen ankämpfen. Aber in Wahrheit weiß jeder von uns zwei Dinge. Das sind ganz wichtig. Wir haben mir das Leben gerettet. Das sind zwei Dinge. Oder vielleicht sind es drei Dinge. Erstens, ich bin nie mehr alleine. Auch wenn ich die dunkle Nacht meiner Seele für einen Moment noch erlebe. Reste von der dunklen Nacht der Seele. Ich bin in dem nicht mehr alleine. Das ist einmal ganz was Wichtiges. Ich bin nicht alleine. Das Zweite ist, ich kann immer um Hilfe bitten. Egal wie schlecht es mir geht. Ich brauche mich nicht dafür schämen. Ich kann immer um Hilfe bitten. Es sind mir immer mächtige Fährten und Engel, so wie Deva waren, an meine Seite gestellt worden, die mir helfen, um mich zu erinnern. Es ist nie, es kann, es ist, die Situation kann noch so verzweifelt ausschauen. Noch so hoffnungslos ausschauen. Noch so schmerzerfüllt ausschauen. Nach meiner letzten Trennung von meiner Ex-Freundin, ich habe manchmal geglaubt, ich kriege einen Herzinfarkt. Ich bin im Bus in Mexiko gesessen. Mein Herz hat mich so geschmerzt, dass ich glaubt habe, das ist der letzte Atemzug. Und jetzt war es, das ist jetzt vorbei. Und ich habe immer gewusst, ich kann zum Hörer greifen, kann um Hilfe bitten. Und es wird mir Hilfe gegeben. Da sitzt jemand an der anderen Leitung, der weiß, der versteht meine Situation perfekt, weil er selber durch den tiefsten Schmerz gegangen ist. Alle, die wir hier sind, sind irgendwann einmal im Leben an einem Punkt vom tiefsten Schmerz gekommen. Dieser tiefste Schmerz, in dem tiefsten Schmerz haben wir um Hilfe gebeten. Und dann ist ein Wunder passiert. Dann ist der Kurs zu uns gekommen und dann sind Brüder, mächtige Gefährten zu uns gekommen. Wir sind hier alles mächtige Gefährten. Ich bin nicht euer Lehrer, ihr seid meine Lehrer. Ihr gebt mir die Möglichkeit, in dem Moment das alles wieder zu erinnern. Und das ist wunderschön. Also das Zweite ist, das Erste ist, es kann ich so, das Erste, ich bin nicht mehr alleine. Es ist immer jemand mit mir. Das Zweite, ich kann immer um Hilfe bitten. Und das Dritte, was es gibt, der Tod bringt keine Erlösung. Hast du mir gehört? Also selber mich umzubringen, habe ich gewusst, es bringt keine Erlösung. Und das ist ganz was Wichtiges. Das hat mir Jesus ganz klar aufgezeigt. Du Hubert, du kannst dich umbringen, aber das ist nicht deine Erlösung. Also für mich sind das die drei wesentlichen Bestandteile des Erwachens. Ich bin nicht mehr alleine. Jesus ist mit mir. Der reicht mir immer die Hand. Der Heilige Geist ist mit mir. Brüder sind mit mir, dass ich mich, die mich aus dem Schlammastel, aus dem Sumpf meines Geistes ziehe. Das Zweite, ich kann um Hilfe bitten. Die Hilfe kommt, wenn ich um Hilfe bitte und die Hilfe auch annehmen kann. Und oft kommt die Hilfe in der Form, wie ich sie vielleicht nicht haben will. Ich habe mir nämlich schon ein Bild gemacht, wie die Hilfe ausschaut. Und von wem ich Hilfe bekomme. Kennst du das? Und dann kommt die Hilfe auf ganz andere Art und Weise. So ist es bei mir passiert. Ich kann da aus tiefster Erfahrung sprechen, aus tiefsten, schmerzhaften Erfahrungen, die mir wirklich das Herz gebrochen haben. Wo mein Herz in tausend Teilen gelegen ist und ich wusste, und irgendwo es so ausgewirkt hat, scheinbar körperlich, aber ich weiß es natürlich im Geist, dass ich glaubt habe, ich war ein Herzinfarkt. Und es geht jetzt nicht mehr weiter, das ist jetzt das Ende. Mir sind Tränen über die Dinge gelaufen und ich habe gewusst, ich brauche Hilfe. Ich habe den Hörer genommen und habe angerufen. Und da war eine liebevolle Stimme, die mich empfangen hat. Und die immer geduldig mit mir war. Genau das, was ich in dem Moment gebraucht habe, diese Hilfe erfahren habe. Und das Wichtige war auch, mich ganz klar in meinen Geist zu konfrontieren. Selbstmord oder Tod oder wie immer du das bezeichnest, ist keine Erlösung, bringt mir keine Erlösung. Vielleicht jeder von uns wollte sich hier umbringen, vielleicht einmal. Vielleicht auch ein paar Mal am Tag. Ein guter Freund von mir in der Akademie, Brem, der hat immer gesagt, ich will mich fünfmal am Tag umbringen. Aber ich weiß, dass ich es nicht mache. Weil ich weiß, dass es keine Erlösung ist. Es erlöst mich nicht. Das ist der verrückte Lehrplan des Ego, das wirklich glaubt. Ich könnte jetzt von der Welt scheiden, aus dem Körper gehen und dann werde ich erlöst. Dann wäre irgendwas besser. Dann würde ich Frieden finden in meinem Geist. Es ist nicht so. Gott sei Dank ist es nicht so. Gott sei Dank werden wir durch die Liebe erlöst. Und durch die Heiligkeit und Schönheit des Bruders erlöst. Gott sei Dank ist der Christus jetzt von mir, auch wenn er beim Peter Niedermeyer heute dunkel ausschaut, der Christus, weil der Peter kein Licht hat. Keine Elektrizität und dann hat der Computer läuft noch mit der Batterie. Gott sei Dank ist Minna da und ist Beate da, ist Marion da, ist Gabriele, ist Marion. Dorothea, in Ulm hat es auch schon geregnet, Claudia aus Köln, Angelika, Sandra, Martina, Sven. Super, dass du wieder da bist, Sven. Danke, danke, danke. Den Sven kenne ich vom Wusterwitz. Was für ein mächtiger Gefährte, was für ein liebevoller Gefährte. Danke, 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 Sven. Für jedes Wort, für jede Geste, für die ganze Liebe, was du mir immer gegeben hast. Danke. Jutta, BK, wer ist BK? Silke ist da. Silke fährt heuer nicht zum Festival, weil sie den Rasen mäht. Von ihren Eltern. Wer ist da noch? Christa ist auch noch da. Tanja, Wölfel kann auch noch da. Eleonora, Johanna, Nesse, Hildegard, Heidro, Maria, Galaxy, Manuela. Davavan, Andrea, Kaya, Christa, Nancy, Renate, Brigitte, Melusine, Tanja, Annemarie, Judith und Rosalie. Alles Christusse. Jeder ist der Christus hier. Jeder repräsentiert die totale Erlösung aus meinem Schmerz. Wenn ich es erlaube. Schmerz ist immer, dass ich die Sündenlosigkeit, die wahre Natur meines Bruders verleugne. Dann bin ich im Schmerz. Weil dann denke ich nicht, wie Gott denkt. Weil für Gott ist jeder hier das liebevollste Wesen. Und die Geschichte, was ich zwischen Gottes Meinung und meiner Meinung über meinen Bruder stelle, das nennt man Groll. Und das braucht Vergebung. Groll ist immer die Ursache für Schmerz. Egal wie der Schmerz ausschaut, wie er sich zeigt. Es ist immer Grollde inzwischen. Es ist immer, Jesus würde sagen, ein verrückter Lehrplan inzwischen. Es ist immer Geschichte, die ich immer noch gegen meinen Bruder halte. Und die mich davon abhält, ihn so zu erkennen, wie er jetzt, genau jetzt ist. Schaut es einmal an, die Marion. Die beiden Marions, wie unschuldig die sind. Da leuchtet es aus den Augen. Es leuchtet bis zum Peter Niedermeyer in die Dunkelheit da bei Rosenheim. Da braucht er keinen Stromhäuble mehr, sondern da leuchtet es ihm richtig heraus. Unglaublich. Es ist so ein einfacher Kurs. Es ist so ein einfacher, vernünftiger Lehrplan. Und doch kann ich ihn so schwierig machen, wenn ich ihm das erlaube. Ich kann ein guter Freund im Erwachen, Raphael, hat damals zu mir gesagt, Kuba, du kannst deine Erwachen so schmerzhaft machen, wie du es willst. Und du entscheidest dich dafür oder so freudig machen, wie du es willst. Entscheide dich, wie du deinen Bruder sehen willst. Willst du ihn ein bisschen mit Schuld sehen? Willst du ihn ein bisschen verändern? Gibt es noch Fehler, die du in ihm wahrnimmst? Bist du noch in der Versuchung, ihn zu korrigieren, Recht zu haben, ihn zu zeigen, dass er falsch liegt und du richtig bist? Dann hast du noch einen wahnsinnigen Lehrplan gelegt. Oder bist du bereit, all das in die Hände des Heiligen Geistes zu geben? Und völlig klar zu sehen, wer dein Bruder wirklich ist. Und dann ist es erwachenfreudig. Es gibt immer nur zwei Arten, dem Bruder zu sein. Das eine erzeugt Schmerz und das andere erzeugt Freude. Wie will ich ihn sehen? Was mache ich in meinem Geist? Halte ich ihn in eine Idee von Fleisch, sagt Jesus einmal? Willst du das Fleisch sehen oder den Geist? Ich finde den Humor von Jesus einfach köstlich. Man ist ein Ausdruck zu sagen, willst du den Fleischklotz in deinem Bruder sehen? Willst du diesen Haufen von, er spricht immer von Haufen, von Asche sehen in deinem Bruder? Er meint den Körper damit. Oder bist du bereit, ihn in seiner wahren Identität zu sehen? Jesus sagt nochmal, es geht nicht darum, deinen Bruder zum Beispiel ohne Körper zu sehen, weil es ist auch manchmal so die Idee, dann soll ich jetzt meinen Bruder ohne Körper sehen. Es geht darum, bin ich bereit, ihn sündenlos zu sehen, unschuldig zu sehen oder noch immer sündig zu sehen. Das ist die einzige wahre Frage im Universum. Und das ist die einzige Unterscheidung zwischen einem vernünftigen Lehrplan und einem wahnsinnigen Lehrplan. Und wir wählen den vernünftigen Lehrplan, weil uns ruft der Vater. Und wir haben geantwortet. Wir sind nichts Besonderes hier. Wir sind vielleicht nur anders und vielleicht ein bisschen weiter scheinbar in der Zeit, weil wir zuhören, weil wir hinhören und weil wir diesen Ruf beantworten. Nicht, dass wir jetzt besonders, glauben wir sind jetzt besonders und wie toll wir sind im Kurs und schaut die ganze Welt, wie toll ich bin. Ich habe einen dreifachen Doktortitel im Kurs gemacht und jetzt renne ich durch Monze. Schaut mich alle an, ich bin schon so weit in meinem Erwachen. Ich meine, es ist ja nur Spaß, was ich sage, aber ich kenne das alles aus meiner sogenannten Erwachenserfahrung mit dem Kurs. Jetzt sollen mich doch alle sehen, wie gut ich bin. Sogar die Falten sind weg. Mit dem Licht sind die Falten weggegangen und die schauen noch besser aus. Wir kennen das alles. Wir können die Spiritualität, das Licht, das Erwachen zu allem benutzen. Oder wir können einfach sagen, dass wir dankbar sind dass wir die Wahrheit im Bruder sehen können und ihn in der Freude der wahren Schöpfung empfangen. Schaut einmal Silke, wie unschuldig sie ist. Im Moment damals habe ich geglaubt, Silke wäre wirklich schuldig. Die wäre gar nicht so unschuldig. Aber ich habe die Meinung in meinem Geist vom Heiligen Geist heilen lassen. Und jetzt ist die liebe Silke so hilfreich in alle und hat ihn so oft schon vom Absaugen gerettet. Und auch beim Rasenmähen ist sie dann hilfreich. Und darf ich noch ein Lied spielen? Ist das okay? Wenn wir vor mir dann in das Textbuch einsteigen noch ein Lied spielen? Peter Niedermeyer hat sich ein Lied gewünscht. Und das Lied heißt Gissen, Hubert, Gissen, was soll ich? Also die Pflanzen gießen, nicht mähen. Den Rasen mähen und die Pflanzen gießen. Genau. Der Peter hat sich ein Lied gewünscht und das Lied kommt aus dem Mund eines bekannten deutschen Sängers. Und er ist nicht mehr ganz so jung, aber die Wahrheit bleibt die Wahrheit und er singt über die Wahrheit. Lasst euch überraschen. Er singt was ganz Tolles. Es ist eine völlige Erinnerung, was er singt. Man glaubt es ja nicht bei diesen Liedern, dass sie wirklich unseren Erinnern dienen. Und jetzt schauen wir mal, was wir da haben. Jetzt muss man, ah ja, den Ding muss ich abdrehen, den muss ich einmal abstellen. Die Aufnahme muss ich einmal aufzeichnen. Also wir grübeln, jetzt kommt noch einmal alles und wir sind wie Wiederkäuer, Wiederkäuer, wir kauen dieselben Ideen. Die Kühe sind Wiederkäuer, wir kauen dieselben Ideen ein ums andere Mal. Es geht sich ja immer, dreht sich nur um einige wenige Ideen den ganzen Tag. Und da steht Jesus und sagt, wenn du bereit bist, dich anders zu entscheiden, für einen Moment das Grübel aufzuhören und das Wunder einzuladen, dann bin ich genau da mit dir. Es gibt zum Beispiel eine schwierige Beziehung. Wie wahnsinnig war ich in Beziehungen, habe ich das so in den letzten Tagen gesehen. Was habe ich mir da selber eigentlich alles angetan, mein ganzes Leben? Völliger Wahnsinn. Wahnsinn von Weißen, von Wahnsinn, von sich Wahnsinn, Wahnsinn, die Liebe zurückzuweisen. Sich ungut zu fühlen, wenn sich jemand mir nähert. Jemand mich gut behandelt, dann hat es mir alles zusammengezogen. Das verdiene ich ja nicht. Gut behandelt zu werden, das ist ja schlimm, habe ich mir gedacht. Ich kenne das ja alles. Mittlerweile sehe ich das in einer anderen Perspektive, weil ich mich im vernünftigen Lehrplan mit dem Heiligen Geist und mit Jesus sehen kann. Das haben wir manchmal erlebt im Kurs im Wunderzentrum in Mexiko. Da sind Leute gekommen, die sind, wow, das ist super, was jeder macht. Und wenn man sie dann gefragt hat, ja, kommt sie wieder dann? Dann haben sie gesagt, na, weißt du warum? Eine Frau hat dann ganz ehrlich gesagt, weil ich habe zu viel Liebe empfangen. Man hat mich hier zu gut behandelt und ich bin es nicht gewohnt. Das ist der Wahnsinn des Egos. Und so war ich, wenn die Liebe angeklopft hat, wenn sich jemand mir, dann habe ich mich schuldig gefühlt, ungut gefühlt. Ich will nicht gut behandelt werden. Bitte lass mich leiden. Bitte mach das wahr in meinem Geist, lieber Bruder. Bitte behandle mich schlecht, damit ich leiden kann, dass ich zeigen kann, dass ich leiden kann, dass es möglich ist zu leiden. Ich weiß, dass Gott lieb ist, aber ich will es doch beweisen, dass ich leiden kann. Und ich werde dich jetzt dazu verwenden, lieber Bruder, dass du mir für diesen Zweck dienst. Kennst du das? Ich verwende jemanden, gebe ihm diese Rolle, weil es ist ja meine Welt. Ich gebe ihm die Rolle. Ich schreibe ihm das genau zu, dass ich genau das erfahren will, weil ich mich getrennt von Gott als Opfer, als Leidender erfahren will, als Mörderer erfahren will, als emotional misshandelt fühlen will. Es ist wie ein Besoffener, der durch die Gegend läuft. Wir sind doch alle, wenn wir im Ego sind, sind wir wie besoffen. Beim Besoffenen sieht man es, weil der hat eine Flasche und der geht nicht mehr gerade. Aber da in Berlin war, nach dem Kurs, also nach dem Kurs, wir haben ein Kursseminar gegeben, am 1. Mai, das war klar, da sind vorne Leute herumgetrocknet, weil sie so viel getrunken haben. Da ist es klar. Aber wenn wir im Ego-Denksystem sind, im verrückten Leerplan, laufen wir durch die Welt herum wie Besoffene. Dann hängen wir an der Flasche. Zeigt sich das, wenn ich leide? Wenn ich leide, hänge ich an der Flasche. Gib mir noch ein bisschen mehr leiden. Mein Fall ist ganz besonders. Lieber Gott, du verstehst meinen Fall nicht. Du verstehst nicht, in welchem schwierigen Verhältnis nicht aufgewachsen bin. Du verstehst es einfach nicht, lieber Gott, dass mein Fall ganz anders ist, dass für mich keine Hoffnung besteht. So habe ich gedacht, dem verrückten Leerplan gefolgt. Kennst du das? Sprechen wir die gleiche Sprache, sind wir auf der gleichen Seite. Das war totale Verrückter, aus der heutigen Sicht. Ich tue, hat Jesus ja diesen wundersatz, das Geheimnis der Erlösung. Ich tue mir das alles nur selber an. Ich habe dann zwölf-Schritte-Programm gemacht mit einem Sponsor und später dann miteinander und habe das alles aufgeschrieben. All meine Leiden, all diesen Groll, all dieses Opfersein und bin draufgekommen, das war alles nur eine Abwehr gegen die Liebe Gottes. Ich habe die größten Dramen auf dieser Welt vollbracht. Ich habe geheiratet und wir haben eine Riesenhochzeit gefeiert in Innsbruck. Meine Frau, die ist in Polen geboren gewesen, dann in Österreich aufgewachsen und dann müssen die Papiere gehen nach Polen und dann hat sie sich scheinbar in einen anderen verliebt und nach drei Monaten sind wir wieder geschieden gewesen und ich mit einem gebrochenen Herzen und habe geglaubt, ich wurde verlassen, ich wurde betrogen. Es ist mir wieder einmal dasselbe passiert, als es mir schon hundertmal passiert ist und habe mich total in dieser Opferrolle gespielt. Wie sagt man? Gesült oder wie sagt man eigentlich auf Deutsch? Weiß gar nicht. Ich habe mich wirklich, es war so stark dieses Verlangen in mir wirklich mich so zu erfahren und es ist passiert und keiner hätte mich davon überzeugen können, dass es nicht passiert ist und dass ich nicht das Opfer bin. Und das passiert uns in diesen Situationen, wenn wir besoffen sind. Dann sind wir total überzeugt, dass wir das Opfer sind. Und da gibt es nichts und niemanden, der uns davon überzeugen kann. Da braucht man wirklich ein Wunder und einen Bruder, der Wunder gesinnt ist, der uns da vielleicht herauszieht, wo wir sehen können, dass man sich das nur selber antun lässt. Und das ist vielleicht einer der kompromisslosesten Lehren von Jesus von Nazareth und das, was ich in dem Moment teile. Das Geheimnis der Erlösung ist nur dies, egal wie das ausschaut, wie der Angriff ausschaut, wie das Leiden ausschaut, egal wie ich mich verlassen fühle, egal wie ich mich zurückgewiesen fühle, ich tue mir das nur selber an. Punkt, würde ich so sagen. Punkt. Ende der Diskussion. Mit Jesus lasse ich es nicht gut diskutieren, das kann ich dir sagen. Wir können mit ihm diskutieren, alles gut und recht, aber er weiß, von was er spricht, das kann ich dir sagen. Und das ist meine Erfahrung, ich habe mir das alles nur selber angetan. Ich habe diesen ganzen Groll gegenüber Eltern, gegen Ex-Partner, gegenüber weiß nicht wen, Arbeitskollegen und, 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 nur mir selber angetan. Aus dem größten Verlangen heraus, Gott zu verleugnen und seine Liebe zu verleugnen. Völliger Wahnsinn. Deshalb nennt uns Jesus wahnsinnig im Tiefschlaf. Wo ich das zum ersten Mal im Kurs gelesen habe, habe ich gemerkt, jetzt ist der Autor, dieser Jesus von Nazareth, wahnsinnig geworden. Und irgendwann habe ich es dann gesehen, im Laufe meines Erwachens, nach der Wahnsinnige bin ich. Es gibt entweder nur einer, Jesus ist wahnsinnig oder ich bin wahnsinnig. Ich glaube, der Wahnsinnige bin wirklich ich. Ich glaube, dass der mir wirklich die Wahrheit sagt. Ich glaube mir wirklich, dass der aus der Wahrheit heraus, aus der Liebe, die er für mich hat und empfindet und dieser Sehnsucht nach mir, mir wirklich aus der, aus der Hölle, der Opferrolle heraushelfen will. Und das ist passiert. Und manchmal, vergisst du manchmal drauf, manchmal fragen mich Leute und vergisst du auch noch manchmal darauf, natürlich. Deshalb bin ich hier. Deshalb versuche ich hier mein Bestes zu geben. Deshalb mache ich die Lektionen jeden Tag. Deshalb verbinde ich mich mit Brüdern und Schwestern. Deshalb Baby Session. Weil ich mich ständig im Geist aktiv halte. In der Deklaration der Wahrheit. Im Erkennen und im Ausdrücken der Wahrheit. Weil wenn ich die Wahrheit ausdrücke, bin ich nicht im Opfer sein. Wenn ich das vergesse, dann bin ich so schnell in der Hölle. Das kennen wir alle. Wir haben einen wunderbaren Tag. Ein tolles Wochenende. Wir fühlen uns freudig. Wir fühlen uns frei. Wir sind super. Und Gott ist gut zu uns, sagen wir dann. Und am Montag kommt dann irgendwo der Kater. Vergessen wir auf einen Moment und dann sind wir in Kater. Gott hat, meinst doch nicht so gut mit mir. Gott hat doch auf mich vergessen. Und niemand gibt mich hier. Dann komme ich wieder zu Aleph und dann plötzlich werde ich wieder geliebt. Gott sei Dank habe ich Aleph. Gott sei Dank habe ich Lehrer. Gott sei Dank habe ich Brüder. Gott sei Dank habe ich die Lektion des Tages. Gott sei Dank habe ich, ich weiß nicht, das 20-Minuten-Buch vom Kurs vielleicht. Von den ersten 50 Lektionen. So oft habe ich das erlebt. In der ganzen Pandemie-Situation. Wie oft habe ich mir gedacht, ich bin das Opfer der Welt. Boah. Jetzt bin ich da in einem Tiroler Beidorf gelandet, wo ich vor 37 Jahren das letzte Mal war. Da vor 35 bin ich aus Mexiko City gekommen, habe mich gefühlt, als hätten sie mich von einem anderen Planeten abgeschmissen. Energetisch. Und habe geschimpft mit Jesus. und habe ihm wirklich alles am Kopf geschmissen. Das Einzige, was er geantwortet hat, immer nur. Weißt du was, Hubert? Ich liebe dich. Mach dir keine Sorgen. Alles ist gut. Wir sind so auf die Brüder heruntergelaufen, weil es einfach die Wahrheit ist. Es ist alles gut, hat er immer gesagt. Mach dir keine Sorgen. Weil manchmal habe ich geglaubt, ich komme doch nie mehr heraus aus dem Haus. Eine Quarantänemaßnahme nach der anderen, die Grenzen zu Deutschland geschlossen ist. Manchmal sind mir die Gedanken gekommen, vielleicht komme ich nie mehr nach Deutschland. Und dann habe ich immer wieder Jesus, bitte, sage mir die Wahrheit. Und er hat immer gesagt, ich liebe dich, Hubert. Ich kann dir eines sagen, alles ist gut. Vertraue einfach auf mich. Lass dich einfach an der Hand führen von mir. Heraus aus der Wüste deines Geistes. Heraus aus der Hölle deines Geistes. In die Liebe Gottes. In den Plan Gottes. In dieser Aktion, hilfreich sein zu können. Weil manchmal habe ich gesagt, wo ich dort in Tirol gesessen bin, in Quarantäne, für sieben Monate am gleichen Platz, immer nur vom Computer. Das war ein totales Computer. Oder wenn man manchmal sagt, Jesus, wenn meine Funktion hier vorbei ist, dann bitte erlöse mich von dem. Ich muss nicht in deinem Körper bleiben, erlöse mich von dem. Momentan sehe ich keinen Sinn. Das Einzige, was mir immer wieder Aleph und Aleph und die verschiedenen Lehrer und verbunden, aber manchmal habe ich gedacht, ich sehe keinen Sinn mehr in dem Ganzen. Das ist nicht das Liebste, was ich mache. Lieber treffe ich mich. Und er hat immer gesagt, alles gut. Ich werde, vertraue mir, du kriegst deine Funktion und die Funktion ist noch nicht vorbei. So waren wir letzten Wochenende, ich war jetzt in Bremen mit Andrea, nächstes Wochenende, ich bin da in Mössingen bei Tübingen. Und ich sage einfach, Jesus, verwende mich. Verwend mich einfach. Ich will nur hilfreich sein. Das ist das Einzige, was mich glücklich machen kann. Das ist das Einzige, was für mich ein vernünftiger Lehrplan ist, um glücklich zu sein. Verwend mich. Ich bin nur hier, um wahrhaft hilfreich zu sein. Ich bin hier, um ihn zu vertreten, der mich gesandt hat. Ich brauche mich nicht zu sorgen, was ich sagen oder tun soll, denn der, der mich gesandt hat, wird mich führen. Und ich werde geheilt, indem ich mich von ihm lehren lasse, wie man heilt. Das Ganze habe ich vielleicht tausendmal gesagt, deshalb kann ich es einfach so sagen, ohne nachzulesen. Ich bin nur hier, um wahrhaft hilfreich zu sein. Ich bin hier, um ihn zu vertreten, der mich gesandt hat. Ja, Gabriele, ich bin hier, um ihn zu vertreten, der mich gesandt hat. Ich brauche mich nicht zu sorgen, was ich tun oder sagen soll oder wohin ich gehen soll. Weil er, der mich gesandt hat, führt mich. Ich werde geheilt, indem ich mich von ihm lehren lasse, wie man heilt. Das erhält mein Herz, das macht mich freudig, das berührt mich. Das ist für mich der vernünftige Lehrplan. Das ist für mich, da öffnet sich für mich das Himmels da. Ich bin kein Meister in Meditieren, war ich nie. Ich bin auch kein Meister in Kontemplieren und fünf Stunden in Meditationshaltung. Aber ich weiß eines, ich will hilfreich sein. Und das genügt, diese Absicht, hilfreich zu sein und ihn zu vertreten, der mich gesandt hat. Ich bin hier, um wahrhaft hilfreich zu sein. Wenn du irgendwas brauchst, jeder von uns ist hier hilfreich. Nancy, Lorenz, schön, dass ihr alle hier seid. Danke, dass ihr hier seid. Das ist die größte Freude und die größte Ehre und das Größte, einfach mit euch zu sein. Bald gibt es das Kursfestival, wie es seht, 2. bis 6. zu Pfingsten. Oder solltest du, solltest du dich jetzt, ist auch jetzt schon das Kursfestival. Das hat jetzt schon angefangen. Das ist genau hier und jetzt. weißt du, er liebt uns so sehr, Jesus. So sehr. Ich hätte es nie glauben können. Es ist einfach so, er ist so präsent in dem Moment, wie ich mir das nie vorstellen habe können. Für mich war das, dass jemand am Kreuz droben gehängt oder die Leute haben von Jesus gesprochen, haben 100.000 Bilder aufgehängt. Meine Mutter, die hat da über 50 Jesus-Bilder im Haus und das ist alles gut und recht. Aber es ist eine lebendige Erfahrung der Liebe Gottes in diesem Moment. Das ist was Jesus Christus in meinem Geist. Es geht mir nicht um Jesus als historische Figur, als Körper, sondern der Jesus, der Christus-Geist, der in dir ist und der in mir ist und der in unserem Vater ist und in dem wir alle eins sind. Für mich ist es der Erlöser der Welt, der ist mein Erlöser, der mich aus den dunklen Sümpfen meines Geistes an das Licht der Wahrheit gezogen hat mit viel, 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 viel Geduld wegen dem vielen, vielen, vielen Widerstand in mir, wegen den vielen eigenen Ideen, mit denen ich so geglaubt habe, Recht zu haben. Es ist einfach nur mehr Liebe geblieben. It's love, baby. It's love. Du weißt, worauf ich spreche. Wir sprechen von was, was man nicht gar nicht sprechen kann. It's love, baby. Es ist Liebe. Allumfassende, bedingungslose Liebe. Genau in dem Moment. Danke, dass ich das mit dir teilen darf. Ohne meinen Bruder wäre ich sehr einsam. Ohne dich wäre ich sehr einsam. Es ist Liebe. Was hat man da verliebt? Wir haben noch ein Lied bekommen, einen Liedwunsch. Was haben wir denn da? Lass es Liebe sein. Hören wir uns das einmal an? Das kenne ich gar nicht. Aber ich werde die Aufnahme noch einmal stoppen. Lass es Liebe sein. Danke, Martina. Jetzt geht es weiter mit dem vernünftigen Lehrplan im Handbuch, im Textbuch des Kurses. Es wäre die Seite 227. Wir sind im Absatz 8. Das ist der vernünftige Lehrplan. Kapitel 12, 5, der vernünftige Lehrplan. Seite 227. Absatz 8, Seite 227. Jetzt kommt Jesus in seiner... Also ich finde einfach den Humor von Jesus, wie er mit unserem Geist arbeitet. Das ist einfach unglaublich. Der hat so eine Sanftmut und so eine Weisheit. Und er weiß genau, von was er spricht. Warum weiß Jesus genau, von dem er spricht? Weil er die selben Erfahrungen erlebt hat. Er sagt ja mal im Kurs, er hat auch versucht, den Körper wahrzumachen. Und hat dann die Erfahrung gemacht, dass der Geist wahr ist und dass der Geist, dass er reiner Geist ist und dass wir mit ihm das sind. Und da sagt Jesus, das hört ganz genau zu, der, ich liebe es. Jetzt kommt was Cooles. Du, der versucht hast, zu lernen, was du nicht lernen möchtest, solltest Mut fassen, denn obwohl der Lehrplan, den du für dich selber aufgestellt hast, in der Tat deprimierend ist, ist er einfach nur lächerlich, wenn du ihn dir ansiehst. mein Lehrer hat immer gesagt, don't be ridiculous, sei nicht lächerlich. Aber das zum ersten Mal gesagt, ich bin doch nicht lächerlich. Ich nehme mich doch richtig ernst in meinem Erwachen. Sei nicht lächerlich. Als wirklich in dem Ego-Denksystem bin ich einfach lächerlich. Zum Beispiel habe ich in dem Ego-Denksystem immer geglaubt, ich könnte Geheimnisse haben und niemand würde wissen, was diese Geheimnisse sind. Und irgendwann bin ich draufgekommen, es weiß doch jeder, was ich denke. Dann brauche ich nichts mehr verstecken. Es weiß doch jeder, was ich denke. Ich kann doch mir die beste Maske aufsetzen, durch die Stadt laufen und irgendwas vorgeben, aber es weiß jeder, dass es doch nur ein Show ist. Es ist doch immer nur ein Show alles, was wir hier in Raum und Zeit machen, in unserem Ego-Glauben. Und es weiß doch keiner, doch jeder hat erkannt, jeder hat erkannt, dass es mir schlecht geht. Vielleicht, ich habe versucht, zwangshaft ein freundliches und lächerndes Gesicht zu zaubern und jeder hat es aber bemerkt. Das ist, was das Ego für mich, wenn er sagt, bin ich lächerlich? Ich war so lange lächerlich, weil ich nicht zu mir selber gestanden bin. Ich habe versucht, ganz was anderes vorzugeben, was wirklich in mir abgelaufen ist. Das ist, was für mich lächerlich ist. Für jeden was anderes, eine unterschiedliche Erfahrung, weil es ist sehr persönlich. Aber ich sehe das halt, wie lächerlich ich doch war. Wie lächerlich es doch ist, Recht haben zu wollen oder Klugscheißer zu sein. Jemand hat am Wochenende dieses Wort verwendet im Seminar in Bremen. Ich möchte jetzt nicht in die Geschichte einsteigen, aber das Wort Klugscheißer habe ich noch einmal erfahren und habe mir noch einmal dürfen in meinem Geist anschauen. Weil es ist immer nur, wenn ein Bruder was sagt, es sind immer nur Aspekte in meinem Geist, der mir die Möglichkeit bietet, genau diese Idee in meinem Geist zu heilen, zu vergeben, zu integrieren. Es ist alles dasselbe. Klugscheißer. Früher hätte mir, wenn mir das jemand gesagt hat, hätte ich mich aufgeregt. Ich hätte gesagt, du Klugscheißer. Du bist ein Klugscheißer. Und man wäre direkt in einem Streit gewesen. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Altes Testament. Da schlag man sich noch die Zähne ein. Deshalb gibt es in Deutschland so viele Zahnärzte und auch am Mondsee. Weil da gibt es noch Zahn um Zahn, Auge um Auge. Das ist der verrückte Lehrplan. Du, so wie du, was du mir angetan hast, das zahle ich dir jetzt zurück. Und das mache ich noch in Gottes Gerechtigkeit. Ich habe das Recht, ich dir jetzt, dir das zurückzuzahlen, was du mir angetan hast. Und dann glaube ich noch, dass das gerecht wäre. Das ist die Verrücktheit, das Lehrplan, das ist Egos. Und da spricht Jesus, sei doch nicht lächerlich, bitte. Solange du Zahn um Zahn, Auge um Auge machst, wirst du nie im Frieden sein und keine Liebe verspüren können. Wach auf, sagt er. Wach auf. Sei nicht mehr lächerlich. Kann es denn sein, dass die Art und Weise, sein Ziel zu erreichen, darin besteht, es nicht zu erreichen? Was für eine Frage. Was für eine Frage. Was fragt er uns da? Kann es sein? Ich meine, wir glauben wirklich im Ego-Denksystem, wir können glücklich werden. Ich meine, jeder weiß, dass das Glück, das, was wir in der Welt erfahren, durch irgendwas nur von Sekunden oft ist. Und dann vergeht. Ich meine, das weiß doch jeder. Ich weiß noch, ob ich mein nächstes Auto oder größeres Auto gekauft habe. Ich habe gewusst, nach drei Tagen werde ich sagen, ich hätte lieber ein anderes Auto. Das vom Nachbarn, das ist noch besser, das gefällt mir jetzt noch besser als meine. Jetzt habe ich gewusst, ich habe gewusst, dass ich mich selber, wie würde man sagen, an der Nase herumführe. Dass ich wirklich lächerlich war. Tritt jetzt, tritt jetzt als dein eigener Lehrer zurück, sagt Jesus. Dieser Rücktritt wird keine Depression zur Folge haben. Es ist nur das Ergebnis einer ehrlichen Einschätzung dessen, was du dich selbst gelehrt hast. Jesus sagt, schau dir das einmal an. Mach einmal eine Inventur deines Geistes und schau, was du dir selber gelehrt hast. Und dann wirst du ganz genau erkennen, dass sich das nicht glücklich macht. Na, Marion? Marion Fink. Marion Fink hat sich fünfmal geheiratet und sich fünfmal scheiden lassen. Und dann ist beim fünften Mal noch zweimal. Zweimal, sagt sie. Also sie, ich übertreibe schon wieder, sagt sie. Und nach dem zweiten Mal ist sie draufgekommen. Ich habe eine Bekannte gehabt, Rose in der Akademie. Rose war eine der ersten Schülerinnen von. Die hat fünfmal geheiratet und fünfmal geschieden worden. Und nach dem fünften Mal ist mir das Licht aufgegangen. Der Partner war nicht das Problem. Das war mein Denkchen. Wenn er da dann das Licht hat, das war so lächerlich, wie ich früher gedacht habe, hat sie gesagt. Ich habe wirklich, meine Partner waren meine Lieblingskämpfer, so wie Swarmeringer, mit denen wir so richtig kämpfen können. Da habe ich wirklich so recht gehabt. Und nach der fünften Scheidung ist mir das Licht aufgangen, hat sie gesagt. Es war nicht er, es war ich. Ich habe mir das selber angetan. Ich wollte mich selber bestrafen und mich als Opfer fühlen. Es hat nichts mit ihm zu tun gehabt. Meine Ex-Partner, die sind nachher unschuldig. Die haben sich zur Verfügung gestellt. Und jetzt dienen sie meinem Erwachen. Es ist nur das Ergebnis einer ehrlichen Einschätzung dessen, was du dich selber gelehrt hast. Und jene Lernergebnisse, die sich daraus ergaben, unter den richtigen Lernbedingungen, die du wieder bereitstellen, noch verstehen kannst, also die du weder bereitstellen, noch verstehen kannst. Deshalb ist es im Erwachen von großer Hilfe, in meiner Erfahrung, zu sagen, ich verstehe dir das nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man es macht, aber ich brauche ein Wunder. Wunder sind nicht verständlich. Solange ich es noch verstehe, versuche ich es noch mit meinem eigenen Geist zu kontrollieren oder zu lösen. Lass das los, würde ich jetzt sagen. Versuche es nicht zu verstehen. Es passiert durch ein Wunder, durch die Gnade Gottes. Alles, was ich da sagen kann, ich verstehe nicht, wie mein Herz aufgegangen ist, wie ich heute fühlen kann und Gottes Liebe in meinem Herzen spüre, für dich, mein lieber Bruder, ist ein Wunder. Zu verstehen ist das nicht. Ich habe es nicht gemacht. Das ist nicht ein Tun, sondern es ist ein Bereitsein, einem neuen Lehrer zu folgen. Und dieser Lehrer in unserem Fall ist der Heilige Geist oder Jesus. Das sagt er ja genau. Unter den richtigen Lernbedingungen, die du weder bereitstellen noch verstehen kannst, wirst du ein ausgezeichneter Schüler und ein ausgezeichneter Lehrerin. Aber noch ist es nicht so und es wird so lange nicht so sein, bis die gesamte Lernsituation, wie du sie aufgestellt hast, umgekehrt wird. Es wird alles umgekehrt. Und deshalb, weil du ein ausgezeichneter Lehrer bist, lade ich dich ein, auch jeden Tag das zu lernen. musst du nicht mit Worten machen. Einfach in der Demonstration, im Beispiel, durch das Beispiel zu lernen. Ja. Und auch zum Beispiel bei Alex, es gibt Open Space. Wir laden dich immer zum Open Space ein. Geh einfach dorthin. Wo ich zum ersten Mal, ich war damals, glaube ich, in Wien oder in Innsbruck, glaube ich, war das, hat der irgendwann einmal zu mir gesagt, jetzt kannst du auch einmal eine halbe Stunde lernen, Hubert. Da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe Schweißausbrüche bekommen. Ich habe mir gedacht, das werde ich heute nicht überleben. Aber ich habe gewusst, wenn er mir das bittet, dann gibt es keine andere Wahl in meinem Geist. Dann nehme ich das an, diese Einladung. Und da bleibe ich still und da frage ich Jesus um Hilfe. Natürlich hat mir das Herz geklopft und natürlich habe ich immer noch Schweißausbrüche gehabt. Aber es hat sich alles so perfekt ergeben, weil ich einfach aufgemacht in meinem Geist und keinen Widerstand geleistet habe. Sondern die Einladung angenommen habe, gesagt, Jesus, sprich du durch mich. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht. Ich will mich auch nicht mit irgendjemandem vergleichen und will nicht seinen Stil kopieren, sondern ich will es für mich persönlich in meiner Ganzheit, in meiner Erfahrung bringen, dass das Licht Gottes und die Liebe Gottes, das ist, was ich bin. Und um das geht es. Also bitte, habt keine Angst vor Open Space. Geht es da hin. Wenn euch diese Möglichkeit geboten wird, sagt es ja. Brewer, wann erinnert sich jetzt? Ich glaube, da war Lorell noch dabei. Das war mit Lorell, glaube ich. In Innsbruck. Da sind dann noch die Dinge gekommen, wie heißen sie denn, die Mullerler, also die Läufer da, die Läufer da, die da im Fasching, die Muller da mit den Masken auf. Mit einem Schnapsgeruch aus dem Mund. Ah ja, das war alles lustig, lustig einfach. Einfach ja zu sagen. Mir hat wirklich, mir ist das Herz in die Hose gerutscht und, und, und. Aber ja zu sagen. Wir haben ja immer die besten Orte gehabt mit der Waren. In Wien hat es geheißen die Sargfabrik. In der Sargfabrik hat es groß in Bundan gegeben. Unglaublich. Ich liebe das so sehr. Ich liebe das einfach so sehr wie uns Jesus gut ist zu uns und wenn wir uns ihm anvertrauen, kann ich es schicken. Deshalb lade ich dich ein. Vielleicht wäre der nächste Open Space für dich. Vielleicht nimmst du diese Dinge an. Konstantin, ja genau. Vielleicht nimmst du eine Anleitung, vielleicht für einen Moment, ja, bist du bereit zu sagen, die Stimme nicht zu hören, weil es ist immer eine Stimme in mir, die sagt, ich bin noch nicht bereit. Also es ist bei mir genauso. Wenn ich eine Klasse hier gebe auf Aleph, gibt es immer eine Stimme in meinem Geist, die sagt, du bist noch nicht gut genug vorbereitet worden. Du bist noch nicht bereit. Du solltest noch mehr lesen und noch mehr studieren und noch mehr Notizen machen oder sowas. Und da merke ich, das ist nicht so. Ich kann mich nur hergehen, komme hinten und wirklich von Jesus mir das zeigen lassen, wer ich wirklich bin. Und in dieser Erfahrung, aus meiner Erfahrung heraus, das ist was Lernen ist. Lernen geht es nicht um Worte, dass ich was zitiere und dass ich die Lektion auch noch auswendig kann, sondern es ist schon gut so und es ist recht so. Das kann ich ja mit einbeziehen. Aber es geht in erster Linie um meinen persönlichen Kontakt mit dem Heiligen Geist und mit Jesus und die will ich mit dir teilen. Weil sonst ist das ein Konzept. Wir lehren nicht den Kurs. Wir sind der Kurs. Wir sind die Wahrheit, das Leben und der Weg. Ich bin das gemeinsam mit dir. Ich lehre nicht den Kurs. Ich lehre die Wahrheit gemeinsam mit dir. Du bist bereits die Wahrheit, der Weg und das Leben. Das hat einmal ein junger Mann gesagt, der da mit Gucci-Sandalen durch die Gegend gelaufen ist und mit seinem neuen iPhone telefoniert hat mit seinem Vater. Jesus von Nazareth. Gucci-Sandalen hat er noch keine gehabt. Gucci hat es noch nicht gegeben und iPhone war auch nur in den Sternen. Aber mach dich bereit. Sei verfügbar. Ich finde es immer toll, wenn jemand einfach in seiner neuen Art sich neu geboren sein lässt und Ja sagt zu einer Einladung. Und deshalb haben wir Open Space zum Beispiel bei Aleph. Und du kannst gerne den Kontakt mit Andrea aufnehmen und sagen, Andrea, den nächsten Open Space. Ich glaube, den nächsten gibt es nicht. Also den nächsten gibt es nicht, weil da wird es Festival sein. Aber dann in zwei Monaten, Anfang Juli, da gibt es wieder Open Space. Und da kannst du dann auch lass dich einladen. Sei bereit. Geh dorthin. Es gibt nichts zu verlieren, weil es nichts zu beweisen gibt. Dann brauche ich auch keine Angst mehr, ich brauche ja nichts zu beweisen. Ich kann einfach ich selber sein. Ganz natürlich, ganz freudig. Weißt du, was das für eine Befreiung ist? Wo ich noch die ersten Kursseminare gehalten habe in Österreich oder so. Da haben wir mir da Gedanken gemacht, wie wird das wirken? Was werde ich sagen? Ist das was Gescheites? Wie werden die Leute reagieren? Heute bin ich frei. Heute weiß ich, die Liebe Gottes kommt einfach so durch und es geht gar nicht in die Worte. Du bist einfach eine coole Socke, lieber Bruder, sagt man in Deutschland. Das ist einfach unglaublich mit uns, dass wir so alle, wir können da hineingehen, den aufmachen, Marian, du hast das oft da gesagt, es geht einem schlecht, unter dem Tag vergisst man, man grübelt vielleicht, man ist verzweifelt, man geht in Aleph hinein, macht den Bildschirm auf, geht hinein und ist in einer anderen Frequenz, in einer anderen Verbindung mit dem Heiligen Geist, mit dem Bruder, mit Gott. Wenn das kein Wunder ist, dann weiß ich nicht, was ein Wunder ist. Das ist, was ein Wunder ist. Auf einen Moment habe ich vergessen, da gehe ich hin und jetzt bin ich wieder da und genauso wäre es beim Open Space. Vielleicht schaust du dir das an, für Juli wäre, also im Juni gibt es keinen, weil das ist Festival und dann im Juli wieder. Vielleicht rufst du einen Dreh an und sagst, André, ich würde es gerne machen. Einige von euch haben es schon gemacht. Wir sind nicht unterschiedlich als Lehrer, da ist keiner da, der mehr Erfahrung hat. Nein, wir sind immer neu. Wir sind immer gleich, als Lehrenden und als Lernende, sagt Jesus. Das erfahre ich so in dem. Mir macht es wahnsinnig Spaß, hier zu sein. Es ist einfach von großer Freude. Was könnte in der Zeit Besseres machen? Das hier einfach dich zu erfahren, in dem Licht, in der Liebe zu empfangen und dadurch erinnere ich, wer ich bin. Es gibt nichts Schöneres. Das ist einfach toll und das ist schön und das wollte ich heute mit dir teilen und ich bin so dankbar und ich liebe dich und wenn du irgendwas brauchst, melde dich bei mir oder bei einem der Kurslehrer des Aleph oder bei jedem oder bei einem Bruder, du bist nicht alleine. Du bist aus mächtigen Gefährten, die sind dir gegeben worden, weil du um Hilfe gebeten hast. Danke, 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 mein lieber Bruder. Ich bin so dankbar für dich. Du kannst deine Worte nicht ausdrücken. Ich bin so dankbar für dich. Vielen Dank.